So, wir nehmen euch heute mal mit in ein spontanes Bein-Workout, einfach mal um euch zu zeigen, wie wir Beine trainieren. Ich habe jetzt so ein bisschen was vor. Ich mache mir immer so eine Excel, da schreibe ich mir immer so meine Übung auf. Also wir machen was für die Mobilisation der Hüfte, für die Innenrotation, ein bisschen was für die Waden. Dann machen wir Split-Squat-Variationen und vielleicht noch ein paar plyometrische Übungen im Anschluss. Warum, wie, was wir machen, aus welchen Gründen, das erklären wir dir dann einfach immer während den Übungen, denke ich mal zwischendurch. Und genau, ist einfach gemütlicher, Vlog mal was anderes hier auf dem Kanal und vielleicht kannst du dir hier ein paar Inspirationen für dein Training auch mitnehmen. So, erste Übung. Genau. Aber ein Klassiker hier auf dem Kanal. Ja, weil ich die aber auch wirklich immer gerne vor jedem Workout mache, ist hier die Illium-Mobilisation. Illium-Beckenschaufel, ja, sieht ungefähr so aus, wie ich es jetzt mache. Dann mache ich hier so einen Hip-Shift beim Einatmen, beim Ausatmen zurück, ja. Dann erreiche ich auch so fünf, sechs Atemzüge und dann gehe ich auf die andere Seite. Das ist einfach, um die Beckenschaufel in eine bessere Position zu bringen. Und somit habt ihr auch dann mehr, also ich kann es mal zeigen, ich habe immer so richtig schlechten Straight-Leg-Race. Das ist zwar über die letzten Monate auch schon besser geworden, aber hier komme ich so hin. Das ist jetzt die mobilisierte Seite und wenn ich es nicht mobilisiert habe, dann fehlen da schon mal ein paar Grad. Ich weiß nicht, ob du das jetzt sehen kannst, ja, doch, ich komme hier wesentlich höher und das halt ohne zu dehnen, weil bei mir sind so diese ganz normalen Cookie-Cutter, ich dehne jetzt mal hier so ein bisschen an meiner Beinrückseite rum, ja. Ist erstens nicht so geil fürs Aufwärmen von einem Krafttraining und zweitens bringt es bei mir halt auch einfach nicht so viel. Und die Übung hier, die ist dann wirklich richtig genial, weil davon mache ich echt einen Satz meistens, weil ich faul bin. Und bin dann direkt wesentlich, wesentlich beweglicher. Zack. Und jetzt lang. So, könnte man auch mal was machen, ne? Ist auch nicht so geil. Das ist ja, ich bin jetzt auch ganz kalt. 45 Grad. Genau, ne? Hüfte so knapp 90 Grad. Ein bisschen Abstand zwischen den Knien halten. Genau. Und dann wirklich Knie-Shift, ja, genau. Und das ist halt auch wirklich das Ding, so, dass das Knie wirklich so nach vorne geschifftet wird und der ganze Oberkörper eigentlich mit nach vorne rotiert, ne? Und das Knie, das läuft wie auf so Schienen, ne? Es bleibt so parallel. Ja, muss ich sagen, nein, deutlich besser, oder? Auch keine Weltklasse, aber besser. Ja, besser auf jeden Fall. Wollen wir die andere Seite? Ja, doch, jetzt sieht man das. Die, glaube ich, ja, die mache ich jetzt. Ja, ich weiß. Geh mal unter. Und jetzt machen wir mal die andere Seite. Hier, machst du gerade? Ja, ja, ja. Also, das muss man auch immer so gucken für sich selbst, ne? Weil bei dem einen ist das so, ich will ja auch nicht immer irgendwelche Übungen so als die Geheimwaffe verkaufen. Man muss das einfach auch mal für sich im Training testen, ja? Weil es gibt einfach Übungen, ich habe das damals bei den Jungs von Körperbau Lemko, da war ich ja auf einer Fortbildung, und da haben wir die Sache gemacht. Ich kannte die Übung vorher schon, aber ich habe immer gedacht, so, boah, hey, auf so einer Faszienrolle rumrollen, das habe ich doch schon hinter mir, so in meiner Trainer-Anfangskarriere, und eigentlich als ineffektiv langsam so im Regal verstauben lassen. Und dann waren wir halt da, und der Raffa, der hat einfach die Übung so mit mir gemacht, und danach war mein Straight Leg Race halt wirklich ungelogen um 20 Grad besser, und ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Wenn man eben diese Physiologie dahinter ein bisschen versteht, dass eben die Beckenschaufel mehr in eine Innenrotation kommt, wie ich das schon in anderen Videos auch oft erklärt habe, dann versteht man auch den Effekt dahinter, weil das hat nichts mit Muskel oder Faszien jetzt zu tun oder irgendwelchen Triggerpunkten, sondern das ist wirklich ein knochenzentriertes Training, wo ich wirklich die Beckenschaufel selber in eine optimierte Position bringe. Das kann aber auch bei dir sein, dass die Beckenschaufel vielleicht schon in der Innenrotation ist, und dementsprechend brauchst du die Übung gar nicht, muss man eben für sich selber herausstellen. Ja doch, jetzt ist es krass, jetzt ist es richtig krass. Das sieht man auf jeden Fall, ja. Jetzt machen wir eigentlich schon eine erste richtige Kraftübung, und zwar, ich bin so ein Fan, wenn ich jetzt was, das ist jetzt eine isometrische Wadenübung, und ich nehme jetzt hier eigentlich auch immer so einen Intervall-Timer, ich nehme den hier, zack, und da habe ich eigentlich so meine ganzen Hip-Bridge, Calf-Bridge, ja, habe ich jetzt hier drin so meine ganzen Übungen, immer so benannt, 45 Sekunden, eine Minute Pause, drei Sätze, ist schwieriger als die Übung aussieht, wenn man es richtig macht. Also kann ich auch jedem empfehlen, ich bin halt auch einfach so ein Typ, ich habe eher so diese Protektion in der Halswirbelsäule, wenn man jetzt liegt, nehmt euch die Kissen, ja, das macht die Übung auch nicht schlechter, sondern besser, ihr könnt wirklich entspannter atmen, ja, das hat viel, viel mehr Vorteile, als ich hier in so eine unangenehme, das ist bei mir auch nicht extrem, ich könnte es jetzt auch so forcieren oder so, aber dann bin ich hier vorne eng, deswegen, ich nehme mir immer mein Kissen, einfach locker, das könnte auch ein bisschen dicker sein, ja, fasse ich in Rolle zwischen die Beine, jetzt lege ich einfach mal los, ja, und jetzt gehe ich hier wirklich rein, und bei der Übung ist wirklich entscheidend, nicht die Faszienrolle zu stark zusammenpressen, sondern wirklich die Fußinnenkante in den Boden und dann wirklich die Haken hoch, das geht jetzt schon richtig krass in die Wade, ich mache auch nicht den hier, sondern ich mache wirklich halt mein Becken, ich sage mal eine Handbreite, Kreditkartenbreite über den Boden, sieht man, wie die Waden arbeiten, Achtung, nicht so weit hoch, hier sieht man, der Abstand ist jetzt zu hoch, wirklich hier, dass der Unterrücken fast noch im Boden ist, Fußinnenkante durch diesen Großseeballen hier belasten, aber jetzt vielleicht nicht so gut sehen, so, mein nächstes Intervall kommt auch schon, und ihr könnt mit euren Zehen auch so weit nach vorne wandern, dass ihr wirklich nur so minimal, so eine Kreditkartenbreite mit der Hacke abhebt, und oft merkt ihr eben auch einen deutlichen Unterschied, links versus rechts, wie viel? 12, 10, jetzt habe ich, wenn ihr einen Krampf kriegt, das ich gerade auch, dann wirklich wieder ein bisschen rankommen zum Po, dann wird es ein bisschen einfacher, das ist wirklich ein Killer, Killer für das tiefe Waren Segment, abgefahrene Übung, habe ich ehrlich gesagt das erste Mal bei David Gray gesehen, den Shoutout hier, weil ich habe mir tatsächlich im Juli, Anfang Juli oder Anfang Juni, ich weiß es gar nicht mehr, müsste ich jetzt gucken, ja, da haben wir draußen bei heißem Wetter Beach Volleyball gespielt, und ich hatte echt wie so einen, jetzt kein Hitzschlag, aber ich habe echt gemerkt, ich muss ins Wasser, mir war ein bisschen schwindelig, und das Problem war, wir waren an einer Stelle am Fluss, die kannte ich nicht, ich bin einfach reingehüpft, so vom Steg, so über dem Wasser reingehüpft, und an der Stelle war das Wasser leider nur 50 Zentimeter tief, ich bin richtig brutal auf dem Fuß aufgekommen, jetzt werde ich gleich weiter, wie es durch war, dreimal reicht bei mir, ich werde davon morgen echt einen fiesen Muskelkater haben, also was passiert, ich müsste euch vorstellen, der Boden im Fluss, der war zum Glück eben, ich bin so mit meinem ganzen Körpergewicht auf den rechten Fuß drauf, weil ich so eine Arschbombe gemacht habe, und du weißt es auch noch, wir waren am nächsten Tag auch im Krankenhaus, weil ich wirklich davon ausgegangen bin, dass ich mir den Mittelfuß gebrochen habe, war auch stark geschwollen der Fuß, also richtig dick, so im Vorfußbereich, und das Sprunggelenk selber war zwar unverletzt, also es gibt ja beim Fuß mehrere Teile, Vorfuß, unteres Sprunggelenk, oberes Sprunggelenk, ich hatte hier zwar nicht so viel Theater, aber ich habe zum Beispiel hier immer noch Probleme, den Zeh jetzt ganz zu überstrecken, und ich habe das einfach als Anlass genommen, meinen ganzen Fuß zu rehabilitieren, also vom Rückfuß über den Mittelfuß über den Vorfuß, und das hat mir auch unheimlich viele andere Defizite aufgezeigt, weil ich habe vor Jahren auch doppelte Weber-C-Fraktur gehabt, und ich kann zum Beispiel gar nicht so weit hier in diese Planta-Flexion rein, links viel weiter als rechts, und das ist wesentlich besser geworden, das war hier total schlecht, und jetzt geht es fast genauso gut wie links, und so hat mir zum Beispiel so eine Verletzung, so ein Unglück, eigentlich auch echt gezeigt, geil, du hast noch voll viele Defizite, an denen du auch arbeiten kannst, auch unabhängig von dieser Verletzung, weil es glaubt man oft, dass jetzt der Fuß irgendwie verletzt ist, und man schiebt da alles drauf, das stimmt aber gar nicht, meistens hat man eh Defizite, und wenn man sich dann so in so einem Reha-Modus befindet, dann ist das total spannend, diese eigenen, also fehlenden Funktionen, Dysfunktionen, Kompensationsmuster an sich zu entdecken. So, nächste Übung. Jetzt haben wir schön die Hüfte schon mal ein bisschen am Start, also wir haben ja gerade diese Beckenschaufel mobilisiert, jetzt mache ich eine Kracherübung, auch ein ganzes Teil, und zwar den aufrechten Läufer, mit, ich mache immer 8 oder 10 Kilo dran. Kann man auch ohne Gewicht im Aukwärmen, oder? Ja, aber ich mache es halt gerne mit, also ich nehme hier immer so ein Gummiband, und mache das hier einmal so rum, also ganz einfach, und dann kann man sich das wirklich mit, also das erfordert eigentlich auch nicht so viel Übung, und legt hier das Gewicht einfach rein, ja, und das hält, ne, weil das ist Gummi, wir springen damit jetzt auch nicht komplett krass durch die Gegend oder so, ne, und jetzt gehe ich halt hin, ich stehe, baue hier dann die Spannungsanker auf, die ihr beispielsweise auch im Haltungscoach lernt, ja, link in der Infokarte, unverschämte Werbung wieder, nein, ist ja eh kostenlos, der Kurs, und jetzt gehe ich hier wirklich, baah, ja, ich zeige es noch mal an der Seite, baah, in den aufrechtlichen Läufer, Achtung, Knieschreckung, ja, und hier rein, ja, zack, dann stelle ich mir nicht vor, hier die Hüfte hoch zu ziehen, sondern hier die Hüfte runter zu drücken in den Boden, ich habe jetzt eine krasse Ansprache im seitlichen Gluteus, Gluteus-Medius-Bereich wahrscheinlich, ja, hier kann ich noch so eine Innenrotation machen, so ein kleines Goodie, ja, und hier brenne ich eigentlich in der Regel gerne einmal aus, ich würde mir den Timer auch so auf, ich mache das einfach immer so, einmal bis es knallt, manchmal auch mit Timer vielleicht, ja, so 30, 45 Sekunden, jetzt wahrscheinlich eher 30 Sekunden, und dann wechsle ich nach der anderen Seite, und Susi macht es hier eh auch ein bisschen schlauer, sie nimmt jetzt hier den Stab, als Gleichgewicht macht auch noch, ja, das ist auch noch eine coole Variation, wenn man jetzt ein bisschen dynamischer gehen will, genau, du kannst auch noch das Bein strecken, wie Susi das jetzt macht, auch sehr cool, ne, und den Stab als Hilfe, der unterstützt jetzt nicht, aber das ist eigentlich keine Gleichgewichtsübung, das ist auch einfach ein Tipp, wenn dich dein Gleichgewicht davon abhält, eine Übung zu machen, ja, dann würde ich immer einen Support nehmen, weil das ist, da denken auch immer so viele Leute, ja, funktionelles Training, hat dann irgendwas mit, äh, wie sagt man, mit Bosuball, und irgendeinem Wackelpad zu tun, das ist eigentlich auch vollkommener Schwachsinn, ja, man arbeitet mit sensorischem Feedback, ja, ein Rx-Pad, oder ein Bosuball, kann man da ab und zu auch mal einsetzen, aber, in der Regel, wenn du Gleichgewicht trainieren willst, dann geh halt irgendwo balancieren, ne, sehr nice, jetzt kann man auch noch einen Pimpen, hier eben, so einen Step-Up trainieren, ja, das Ganze auch dynamisch, gerne mal mitnehmen, dann halte ich ein paar Sekunden, ja, geh hier schön schon mal runter, setz ab, nicht zu viel Gewicht, und dann geh ich wirklich, bumm, hoch, ja, ja, wer komplett abfahren will, fällt mir gerade so ein, also ich, Kabelzug, Gewicht am Fuß, ja, auch, aber, ähm, vom Set-Up her, wieder so ein bisschen, zu krank, würde ich sagen, ich bin einfach, weiß eigentlich, wie lange ich trainiert, ja, ich geh jetzt mal hier, genau, runter, okay, fuck, ne, das ist natürlich hier, oh, Pistol-Squats mit, oh, Alter, okay, der geht richtig ab, muss ich ganz klar, gerade zugeben, ähm, ist mir jetzt für den Warm-Up ein bisschen zu krass, also es geht, aber prinzipiell auch cool, ähm, Alter, wie viel einfacher bitte der Pistol-Squat, weil wenn du die 8 Kilo hier halten würdest, wär's so krass einfach, hier an der Seite, macht das den Pistol-Squat so viel schwerer, aber du kannst dann hier zum Beispiel auch, den Upright Runner rein kombinieren, ne, also was man auch machen kann, wenn ihr jetzt zum Beispiel laufen geht, oder so, ja, also allgemein ist für jeden geil, die, das menschliche Gangbild zu verbessern, ihr braucht, dafür könnt ihr auch ein Gummiband nehmen, ne, also so ein Röhren, so Gummitubes, die 5 Amazon für wenig Geld, jetzt hier hin, und dann, lasse ich das Gewicht jetzt nicht nach unten drücken, ich könnte jetzt auch noch die Kettlebell hier dran befestigen, ist jetzt ein bisschen viel Materialschlacht, also, da bin ich auch jemand, ich breche dann Übungen, wo ich jetzt tausend Kraftvektoren einballere, mache ich ab und zu mal, weil es irgendwie Spaß macht, aber das ist wahrscheinlich jetzt für den Heimgebrauch ein bisschen over the top, ne, und dann kann ich jetzt hier, ne, jetzt drückt der mich nach hinten, und jetzt gehe ich hier richtig, habe ich den kompletten Hüftbeuger, komplex, gangspezifisch, also hochgradig, gangspezifisch natürlich, also hier jetzt drauf aufpassen, nicht nach vorne, ich hätte auch gerne mal einen Stab, ne, also jetzt hier nicht den machen, sondern wirklich hinten bleiben, mit dem Po Becken kippen, und dann wirklich hier rausarbeiten, ja, und dann hier Streckung, ja, Kniemeerstreckung, genau, boah, das haut richtig, richtig, richtig rein, ich mache die andere Seite, zur Not auch nicht in den Endgraden, Gelenkstellung, hier, boom, ja, dann, ja, das ist jetzt zum Beispiel, bevor ihr laufen geht, oder, du gehst sprinten, Streckt dein Knie in die Hüfte raus, ja, cool, so, jetzt bin ich aber echt gut am Start, Quattrizeps, Hüfte, ja, ähm, tatsächlich, du darfst gleich auch noch eins, könnte ich wirklich hergehen, ich fühle mich jetzt schon bereit, irgendwie zu sagen, also ich habe jetzt fitte Knie, im Moment keine großen Probleme, ja, ich könnte jetzt sofort eigentlich in, irgendwelche, plyometrischen Einheiten reingehen, das würde ich jetzt tatsächlich auch machen, weil jetzt bin ich frisch, und aufgewärmt, ähm, wir machen es jetzt aber so, auch für dich als Zuschauer, der das jetzt hier auch eher so vielleicht guckt, weil er mal ein paar Probleme hat, oder so, wir gehen jetzt in die Kraftübungen über, aber vorher macht Susi natürlich noch, also Susi fährt jetzt hier mal komplett, Setup ab, ja, Fixpunkt für das Gewicht, seitliche Hüfte hatten wir jetzt eh schon, also hier, muss ich jetzt auch ganz klar sagen, mache ich auch wirklich selten im Training, das machst du ja oft, weil du machst ja echt immer die, machst du wirklich alles immer, ja, okay, krass, ich meine, ist auch cool, ich mag sie, ja, mehr glaube ich, lohnt sich, also lohnt sich, sieht jetzt viel aus so, kriegt jetzt auch nicht jeder zu Hause umgesetzt, ja, klar, also, nur um das mal zu sagen, ja, mit dem Ding, und dem aufrechten Läufer, ganz am Anfang, habt ihr 80, 90 Prozent auch drin, aber was Susi jetzt eben macht, die fährt jetzt hier nochmal komplett alles ab, ne, hier, Schreckung, Hüftbeuge, kommt Knie höher, und dann hier zum Beispiel auch, den, gegen überliegenden, machst du falsch, Stimmt, Stimmt, ich hab mal gedacht, das muss ich komisch machen, genau, jetzt hast du nämlich hier den Latz mitgenommen, aber, ich mach's ja so, bam, so machst du, genau, ja, 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 das ist so das nächste, das kann dann mal passieren, Gedankenfehler ist auch nicht falsch, macht euren Körper auch nicht kaputt, ne, so, jetzt ist hier Gluteus, Medius, und die komplette, ähm, rückwärtige, funktionelle Kette, also die Verbindung zwischen Gluteus und Maximus, voll am Start, ja, äh, Gluteus und Latissimus, ne, hochgradig, ganz spezifisch, Problem, halt ich fest, ist hierbei auch ganz klar das Gleichgewicht, so, komm, komm, ja, sehr schön, Kniehörer, 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 schön den Latissimus abholen, abholen, so, jetzt legst du dich ab, na, schön rotiert hier, sehr gut, genau, zack, sehr schön, nice, also, relativ umfangreich, also was heißt umfangreich, eigentlich total easy, das Setup, ja, kurze Ilium-Mobilisation, Wade, und jetzt noch ein bisschen was Aktives für die Hüfte, ja, ich fühle mich super aktiviert, dauert, ohne zu filmen, alleine, zehn Minuten, Viertelstunde, und jetzt machen wir, jetzt kommen wir eigentlich auch relativ schnell schon zum Top vom Workout, weil das machen viele Leute auch immer falsch, ewig Warm-Up, ewig rollen, zwanzig, zwanzig, dreißig Minuten und dann nicht richtig trainieren, wir wollen schon progressives Muskeltraining und zwar machen wir eine Split Squat Variante, ich mache die mit zwei Zehner und auch relativ einfach von zu Hause, also ihr könnt auch wirklich einen Stuhl nehmen, also ich habe das auch lange Zeit gemacht, da legt euch vielleicht einen Handtuch drauf, ich nehme jetzt hier die Bank, die hat eine schöne Höhe, ich nehme hier noch den Keil, übrigens, wenn ihr Bock habt, ja, oder wenn du Bock hast, du kannst theoretisch, wenn du es jetzt gerade hier habt, ja, ich könnte echt auch das Ding jetzt hier, ähm, dran lassen, ja, und dann kann ich hier zum Beispiel den Split Squat, zum Beispiel auch erstmal Body Weight vielleicht zum Warm machen, ein ruhig gar nicht machen, Warm-Up Set ist eh eine gute Idee, ja, bräuchte ich jetzt nicht, weil ich bin echt schon gut, aber zack, ja, ist auch geil, weil ich muss das dann hier noch ein bisschen stabilisieren, habe prinzipiell nochmal, schön die seitliche Po-Muskulatur drin, also das ist halt Ultrafokus immer auf den Po, also alle machen dann irgendwie, was machen, ne, machen hier irgendwie so, oder, so einen Kack, ja, oder Band auseinander, Miniband und so, also absoluter Quatsch, absolut überbewertet, ja, wenn man sich ein bisschen am menschlichen Gang orientiert, reicht das hier mehr als aus, ist sogar wesentlich effektiver, auch in der gefühlten Wahrnehmung, ja, also man muss den Po auch nicht immer so radikal merken, ich bleibe jetzt hier schön auf der Hacke, ne, nach der Hacke, ja, das hälte ich jetzt nicht genau mit, und wirklich darauf achten, nicht so sehr auf den Vorfuß, der Vorfuß drückt zurück, Gewicht ist wirklich auf der Hacke, warum Heel Elevated vielleicht, ja, weil, im Training, ja, ich kletter viel, ich geh auch ab und zu noch sprinten, laufen, springen, ja, wir sind immer viel auf dem Vorfuß unterwegs, es gibt ja auch Leute, die wirklich so auf dem Vorfuß chronisch rumlaufen, ja, im Extremfall, also, als Athlet ist man immer in der späten Gangphase unterwegs, als Sportler aber auch, als Breitensportler, und da ist das unheimlich wertvoll, den Fuß auch mal zurückzubringen, ne, das restauriert die ganze Beweglichkeit im Sprunggelenk, hilft eurer Achillessehne, hilft eurer Plantafaszie, etc., etc., ne, genau, also, ich lasse das jetzt auch weg hier, weil ich habe jetzt auch Bock, mich auf die Übung, auf die reine muskuläre Anstrengung, die wird gleich heftig genug werden, auch zu konzentrieren, war jetzt einfach nochmal eine Idee, als kleines Extra zum Warm-Up, ne, genau, ne, muss man jetzt auch nicht zu, ich zähle da meistens auch nicht mit, ich mache einfach ein paar Wiederholungen, bis eine leichte Anstrengung, gute Durchblutung zu fühlen ist, wenn ich jetzt episch Gewicht, ich nehme gleich 20 Kilo Zusatzgewicht, ja, wenn ich jetzt 40 nehmen würde, würde ich nochmal so ein Set machen, mit wahrscheinlich 20 Kilo, aber ich bin jetzt echt gut aktiviert, ich steige jetzt sofort mit den 10 Kilo, äh, mit den 20 Kilo ein und dann mache ich 3 bis 4 Sätze, ah, 10 Wiederholungen je Seite, also ein großes Ziel von mir ist tatsächlich mal die 400 Meter zu laufen, unter 60 Sekunden, ich war schon ganz, ganz knapp dran, aber hier bei uns in der Stadt haben wir so eine Bahn, die hat so ganz enge Kurven, also unfassbar eng, viel enger als eine 200 Meter Indoor-Bahn für die Leichtathleten, glaube ich, und ich glaube, ich würde es schon schaffen, aber ich will es auch auf der Bahn schaffen und deswegen mache ich so, ähm, ein bisschen ausdauerlastig, würde ich behaupten, weil, ähm, wir machen jetzt 45 bis 60 Sekunden Belastung, je nachdem, wie schnell man die, ähm, Wiederholungen eben gestaltet, ich mache es mal vor, ja, Drei, neun, zehn, ja, und das Fiese ist jetzt, jetzt geht es noch, aber man hat das andere Bein schon leicht mit belastet, eins, zwei, und drei, und vier, und sechs, sieben, jetzt geht es hart, dreht, neun, zehn, so, guter erster Satz, geht noch, wichtig, ich unterschätze den ersten Satz nie, weil es geht noch, aber die nächsten Sätze werden jetzt härter, ja, schön eins, so, schön aufrecht bleiben, macht die Susi super, also leichte Vorlage ist in Ordnung, dann mach vielleicht mal einen, so mit krasser Vorlage ganz kurz, ne, nicht so hüftdominant hier bei der Übung, und dann spart ihr euch einfach Kraft im Quadrizeps, einfach auch Bulgarian Split Squats, auch eine Übung, die ich eigentlich on and off seit Jahren trainiere, ist eine der ganz wenigen Übungen, die ich seit Jahren wirklich auch mache, regelmäßig, also schon mit Unterbrechung manchmal, aber ist einfach ein Klassiker, ja, auch aus dem, ich sag jetzt mal, klassischen Krafttraining, wo ich auch sage, hey, das ist echt eine gut durchdachte Übung, die ist für viele Leute sinnvoll, ist, gangspezifisch, ist, in Regression zu bringen, also, einfacher zu machen für Leute, die eben, die es nicht so einfach haben, oder Knieprobleme haben, ist für Athleten geeignet, die kann man richtig Gewicht drauf packen, wenn man will, also mich ballern diese 20 Kilo auch immer noch viel zu krass weg, ich musste auch mal ein bisschen stärker werden, weil der Übung geht hier noch mal her, ein bisschen ballert, naja, noch ein Tipp ist wirklich, immer mit einem anderen Fuß anzufangen, weil es wird echt für die andere Seite schwieriger, ein bisschen mehr mit einem anderen Fuß anzufangen, 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 ein bisschen mehr mit einem 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 Fuß anzufangen, Wenn man Pause macht, dann wirklich versuchen, die Atmung ruhig über die Nase zu gestalten. Bringt dann auch dementsprechend schnell euren Puls wieder runter, eure Regeneration, einfach gesagt, nach oben. Übrigens, wenn euch das Format hier gefällt, gebt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben, schreibt eure Fragen, eure Anmerkungen, eure Meinung gerne mal in die Kommentarspalte. Ich würde mich freuen, ist das interessant für euch und wen der plyometrische Anteil noch, also Sprungkrafttraining noch interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ist jetzt hier, glaube ich, nicht für jeden interessant. Ich glaube, wir haben auch schon mal einen guten Einblick für das erste Video gegeben. Und schreibt auch mal gerne in die Kommentare, was dich sonst interessiert. Vielleicht Oberkörpertraining, Push-Pull, Core, Sportart spezifische Sachen. Genau. Und schreibt auch mal gerne in die Kommentare. Zwölf. Zwölf, okay. So sieht es mal wieder Streber. Kann man am Ende machen. Ich muss jetzt gestehen, ich habe das Workout schon, war sehr ähnlich. Also Splitskurs habe ich schon vor drei Tagen trainiert. Ist also wirklich auch ein Workout, wo ich sage, so alle sechs, sieben Tage oder wahrscheinlich sogar auch alle zehn Tage wirklich ausreichen, um ein hohes Kraftniveau zu erhalten. Am unteren Ende natürlich. Genau, drei Sätze reichen wir da heute. Aber am Ende kann man zum Beispiel auch sagen, okay, ich mache vier Sätze. Oder ich mache noch einen M-Rep-Satz, also as many reps as possible. Am Schluss, wenn man noch merkt, man hat was im Tank, so dann machst du auf beiden Seiten vierzehn. Und wenn du da merkst, du kannst am Ende vom letzten Satz noch so viele Wiederholungen machen, oder du spürst es einfach, dass du es noch machen könntest, dann kannst du beim nächsten Training zum Beispiel deine Gewichte mal um ein Kilo oder zwei erhöhen. So mache ich das immer einfach Autoregulation, weil da kriegt man halt auch immer Fragen, wie viel Gewicht und wie viel Wiederholung grundlegende Krafttrainings, wie sagt man dazu, ja, Krafttrainingsgesetzmäßigkeiten beachten. Das sind einfach sportwissenschaftliche Gesetze, progressive Überlastung. Das ist einfach individuell. Ja, ich würde sagen, passt. Vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, in die Kommentare, Daumen nach oben dalassen. Ich bin auf dein Feedback sehr gespannt. Und wir sehen uns im nächsten Video, vielleicht zu einem Oberkörper-Fanning. Für mich. Hau rein und ciao.